Ich habe einen Feuerkristall gefunden! Ich habe einen Feuerkristall gefunden! Oh, oh, oh. Okay, nichts besonderes. Bis jetzt auch noch kein Gegenangriff. Ich habe einen Feuerkristall gefunden! Entweder ist die Gnadenfrist für den Gegenangriff wirklich so groß gewesen, dass ich es nicht mehr weiß. Ich hoffe mal, dass der jetzt nicht verbuggt ist. Arin, wo bleibt dein Gegenschlag? Boö, 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 Boö. Die Musik nimmt gerade eine sehr interessante Wendung. Für den Fall, dass hier welche kommen. Aber bis jetzt kommt nix. Nidhalf sei mit uns. Das ist das Ende. Okay. Haltet im Ansturm der aufgeschreckten Kreaturen stand. Okay. Sie greifen die Stadt an. Ein Angriff. Also gut. Die Ahnen rufen uns. Ein Überfall auf die Stadt. Das ist eine Falle. Sie sind schon in der Stadt. Die Ahnen rufen uns. Verstärkt die Deckung. Lacht ihr nur kommen. Schlagt sie zurück. Ihr seid schwach. Okay. Sie kommen von überall. Schlagen alles. Nidhalf. Die Stadt an. Das ist eine Falle. Ich höre. Die Ahnen rufen uns. Ausstimmeln. Lacht sie nur kommen. Macht Platz. Okay. Okay. Da oben ist noch einer. Am Meer auf jeden Fall. Die Ahnen rufen uns. Kommt nur her. Mehr davon. Los. Lacht sie nur kommen. Lacht sie nur kommen. Die Ahnen rufen uns. Kommt nur her. Mehr davon. Los. Noch mehr Verteidiger. Wir müssen die hier unten ausdrücken. Das ist euer letzter Fehler. Ein Überfall auf die Stadt. Ja die kommen jetzt dann langsam von da oben. Wir greifen das Händen ein Moment an. Das ist nicht so toll. Ja. Zur Seite. Zur Seite. Zur Seite. Feindlicher Angriff. Zu Befehl. Verzüglich. Schickt sie zum Seelenfluss. Schickt sie zum Seelenfluss. Schickt sie zum Seelenfluss. Ich. Mach Platz. Hier bin ich. Zu allem entschlossen. Okay das meiste haben wir schon abgewehrt. Oh oh oh. Schlagt sie zurück. Wer ruft mich. Schickt sie. schließt die reihen gut jetzt noch die zwei ausschalten und dann sollten wir geregelt haben angegriffen ich habe einen feuerkristall gefunden das ist euer letzter fehler winterdrache bekämpft achim bis der bahn gebrochen ist ein bades pferd verhindert das zählen wir zu ihm sprechen kann so wird der drache die könige nicht erkennen schwächt ihr achim wird auch dieser bahn geschwächt kämpft gegen ihn bis der bahn schwach genug ist sofort schnell auf mein zeichen mir nach nur zu zu allem entschlossen meine axt wartet endlich wieder kämpfen kampf bei festem schritt voraus geht es los hier bin ich dort bewegt ihr euch mal nach da oben ja wir gucken dass wir uns die truhe kaschen arin sollte weit genug weg stellen ist erreicht schwächt ihn bringt ihn nieder okay das war nur eine truhe so jetzt ist die gute frage was machen wir also ja erstmal warten bis sich hier alle unsere truppen gesammelt haben beziehungsweise ich kann mich schon mal nach da unten bewegen so mich zum seelenstein weil sie es noch nicht erraten habt wir sind jetzt kurz vor dem ende ich habe einen feuer kristall gefunden so deswegen werde ich hier mal einen neuen save anlegen let's play ende so und dann porten wir uns erstmal weg nämlich nach kirga nach elfenstadt weil jetzt bereiten wir unseren charakter auf den import vor wobei ich kann es anders machen porte mich nach schaldun in dem brennenden fels bitte geld habe ich genug das heißt ich kaufe mir jetzt die beiden runen die ich noch gerne hätte eine bessere rüstung werde ich nicht tragen können vor allem die da nicht mal kurz gucken was haben die neun die ich jetzt gerade eingesammelt habe da ist die schützin besser der krieger kann nix die magierin kann auch nicht wirklich was so schützin hexer und mentalist bei knobeln kaufen wir jetzt morg und mensch bei knobeln da 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 da